ja meine lieben freunde und da sind wir wieder ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen folge von let's play und schaltet vier mit dem marco dem alten kaffee onkel das ist natürlich meine wenigkeit einmal wieder hier im dschungel irgendwo irgendwo die öffnung ja schön für die öffnung okay die frage ist aber wie komme ich dahin hier gibt es wohl keinen weg vielleicht machen wir hier mal urlaub was ja mach doch gerade schon urlaub hoch da alter na geht doch hoch alter vielleicht weiß ja elena wo es lang geht da wohl eher wie sam darüber scheint so ne naja die richtung stimmt schon mal und welche ideen naja hoch hoch da na komm geht doch hoch dankeschön und hoch und hoch und hoch ja wo sie denn jetzt die elena da ist sie rüber was haben wir hier ne ne idee darüber wahrscheinlich irgendwie hm geronimo oh gott okay da hoch da hoch da hoch und da hoch wo ist sie da unten na komm süße da ist doch die öffnung na schön da lang da lang ach ich kann nicht hoch oder was doch na also geht doch jihau jihau und hoch sehr schön was haben wir hier okay 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 hier ist noch einer okay übel 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 ich sage das können wir da hoch ja ich glaube da können wir hoch da können wir rüber ne 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 okay ja da lang jihau sehr schön okay und nu die Statue ist da drüben wo müssen wir denn hin überhaupt darüber aber siehst du wir sind auch schon auf der richtigen Flussseite müssen wir da lang irgendwo da lang warum bin ich jetzt hier oben mal ganz blöd gefragt warum bin ich hier oben da bin ich hochgeklettert ne okay wenn ich nur wüsste wo ich hin muss hm ich hab keine Idee wo müssen wir denn hin verdammt gibt's doch nicht da kann ich natürlich nicht hochklettern kann ich da hoch ne auch nicht da bin ich hochgeklettert okay und weiter hm hm da kann ich auch nichts machen Elena hast du irgendeine Idee da rüber hm ich versteh's nicht gucken wir mal da rüber vielleicht geht's da irgendwo weiter hm mhm alter was ist new devon ja Allerdings. Okay. Okay. Hier geht es schon mal nicht weiter. Kann ich hier hoch? Irgendwo? Nee. Keine Chance. Alles klar. Alles verstanden. Alles gut. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Tolles Paradies. Tja. Warte mal. Da sieht es doch aus, als könnte ich da irgendwie hoch. Da. Genau. So. Dann da ran. Iha. Da rüber. Da rüber. Nein. Oh. Shit happens. Alter. Iaii. Na dann nochmal. Iha. Komm schon. Einmal. Da rüber. Jawohl. Hoch da. Ja. Da rüber. Okay. Wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir denn hin? Da. Nein. Oh. Alter. Da rüber. Da rüber. Ich glaube, das bringt mir nichts hier, ne? Wir müssen ja da rein. Da lang. Okay. Hallo. Super. Na komm hoch. Hoch bitte. Geh doch mal da hoch. Dankeschön. Da rüber. Alter. Ernsthaft. Alter. Alter. Ja. Hiha. Komm schon. Okay. Und nu? Ach da. Na komm. Hoch. Alter. Alter. Okay. Willkommen auf Averys Landsitz. Wirklich schön hier. Mal abgesehen von den ganzen Baumängeln und Wasserschäden. Ganz klar Abwasserprobleme. Der Traum eines jeden Heimwerkers. Okay, also. Offenbar hat jemand den Damm da gesprengt und alles unter Wasser gesetzt. Ich hatte es vergessen. Wie gut du bist. Okay, und welches meinst du ist Averys? Äh, ich tippe auf das da. Dass das noch intakt ist. Oh. Du bist auch nicht schlecht. Ja, ach, ich hatte ein bisschen Übung, hab ein paar Bücher gelesen. Mist, Mist. Was? Was? Besuch. Die Haustür. Sam. Er lebt noch. Ja, noch. Na los. Sehr schön. Okay. Die Frage ist. Wohin? Na, das bin ich mal gespannt. Alles okay? Ja. Ja, super. Wo geht's denn weiter? Ich würde mal auf hier irgendwo tippen. Okay. Darüber. Komm schon. Wir uns auch, glaube ich. Na, komm schon. Rüber da. Alter. Geht doch. Ja. Jihau. Hier durch. Vorsicht, Kopf. Runter. Okay. Den konnte jemand nicht ausstehen. Wen? Ach, den. Ja. Oh, noch eine alte Notiz. Mhm. Mhm. Okay. Okay. What ever. Gehen wir weiter. Wie gesagt, ich weiß immer noch nicht. Das war nix. Ach so war das. Alter. R3. Hoch da. Mhm. Mhm. Oh, was haben wir hier? Der Drache. Wir sind in Christopher Condens Haus. Naja, oder was davon übrig ist vielmehr. Viel ist ja nicht mehr übrig. Mhm. Die Frage ist aber... Die Frage ist aber... Oh, oh. Völlig... Völlig... Mhm. Ja. Ei, ei, ei. Das sind ein paar, ne? Okay. 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 Shit. Gibt's doch nicht, oder? Oh, oh. Na, die Penner sind auch überall. Ich bin nicht da. Das hast du nur gemeint. Das hast du nur gemeint. Alter, wie viele sind das? Wirst du nicht mal ein bisschen herkommen, mein kleiner Freund? Na, komm. Komm, komm, komm. Gut, gut, gut. Alter Schwede. So, wohl nicht. Alter. Ui, ui, ui. Ui. Okay. Da oben ist einer. Mhm. Lass mal die Lage peilen hier. Da oben ist mindestens auch noch einer. Da ist noch einer. Scheiße, wie viele sind das? Ein paar zu viele für meinen Geschmack, würde ich mal sagen. Da hinten ist noch einer. Mhm. Oh, da oben muss noch einer sein. Mindestens noch einer. Vielleicht aber auch mehr. Okay. Komm schon. Hoch. Moment. Nix da. Schnauze. Huiuiui. War das knapp. Alter. Puh. Okay. Wo ist der Rest? Da drüben. Da ist auch noch einer. Da hinten ist noch einer. Ach du Scheiße. Okay. Was macht der? Und da oben muss auch noch einer sein. Irgendwo. Da hinten ist auch noch einer. Okay. No risk, no fun. Jihau. Komm schon. Tschau. Ups. Runter. Tschau. Alter. Shit. Shit. Ja, fuck. Ich hab... Ja, was willst du denn machen? Ich weiß nicht, wo die... Versuch's noch. Wir sind bereit. Och nö. Och nö. Was ist das? Penner. Okay. Arsch. Hoch. Mitte Bude. Ja. Ciao. Alter, gibt's ja nicht. Nix da. Leg dich hin. Sackgesicht. Scheiße. Rüber. Komm schon. Deckung. Deckung. Arschgesicht. Was ist der? Arsch. Komm schon. Arschgesicht. Arsch. Komm schon. Oh, fuck. Steuerungsprobleme wieder mal. Das gibt's doch nicht. Nee, rechts von dir. Mhm. Hm. Ciao. Arsch. Arschgesichter. Komm schon. Geh da hoch jetzt. Alter. Runter. Alter, wie viele sind das? Ciao. Arsch. Na. Arsch. Arsch. Gesicht runter. Runter. Geh in Deckung, Mann. Oh, geht der wieder nicht in Deckung. Arsch. Warum geht der da nicht in Deckung? Hey, das würde ich immer gern wissen. Scheiße. Hm. So. Gibt's doch nicht. Penner. Mhm. Ja, komm her. Komm her. Okay, komm schon. Wieso? Was war das denn? Ah, leck mich im Arsch. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, oder auch nicht. Runter. Arsch. Runter. Scheiße. Hey. Hey, das kann normal nicht wahr sein. Da muss ja irgendeiner noch auf der Seite gewesen sein. Gibt's doch nicht. Ich kann sie sehen. Schieß doch. Nein. Alter, das gibt's doch nicht, oder? Runter. Alter. Runter. Runter. Fuck. Runter. Runter. Toll, da ist noch einer hinter mir. So ein Arsch. Arschgesicht. Du auch. Arschgesicht. Alter. Na, hoffentlich. Dankeschön. Alter Schwede. Das gibt's doch wohl nicht, oder? Der hat doch so eine scheiß Granate da. Fuck off, hey. Echt. Weil wir sind die überall, du. Ohne Witz. Ohne Wahrsein. Okay, irgendwie müssen wir ja weiterkommen. Hier schon mal nicht. Okay. Hä? Wo muss ich hin? Ich falsch. Oh. Moment, Granaten. Dankeschön. Vielleicht nehme ich einfach mal die Treppe zur Abwechslung. Nein. Oh, Leute. Rüber. Danke. Da war ich doch schon. Eigentlich. Jo. Und du? Jo. Und jetzt? Gibt's doch nicht. Na ja, meine lieben Freunde. Wie das weitergeht, das erfahrt ihr natürlich in der nächsten Folge von Let's Play Uncharted 4. Bis dahin. Have a nice day. Ich verabschiede mich von euch. Danke, dass du eingeschalten hast. Euer Maiko, euer Kaffeeonkel. Bis dahin. Have a nice day. Ciao, ciao. No. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017